Thomas Stahlinger war im Kabinett Bierlein-Verteidigungsminister. Er hat in Wien an der Aufstellung des Alles-Gurgel-Testsystems mitgearbeitet. Und er ist jetzt Mitglied der Krisenkoordinationsrunde GECO. Heute Abend ist er unser Gast. Einen schönen guten Abend, Herr Stahlinger. Guten Abend, Herr Leidinger. Wieso scheint es, dass uns das Testsystem gerade zusammenbricht? Ja, das müssen wir jetzt einmal ein bisschen objektivieren. Wir haben in Österreich ein extrem hohes Testsystem im Sinne von Testen, wo uns andere Länder beneiden. Es war gerade am Biotech-Center, das unter anderem die Initialzündung für das Alles-Gurgelt ist, eine Gruppe von internationalen Wissenschaftlern, die waren begeistert von der Art und Weise, wie wir in Österreich testen können. Das heißt, ich kriege einen Gurgeltest ums Eck, innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung. In anderen Ländern dauert es drei bis fünf Tagen. Das ist die Ausgangsposition. Und in manchen Regionen, speziell außerhalb von Wien, zeigt halt die dynamische Entwicklung des Omikron-Virus auf, dass es hier und dort entsprechende Grenzen gibt, Belastungsgrenzen, die jetzt überschritten werden. Was muss sich jetzt konkret ändern? In den nächsten Wochen werden die Handlungsmöglichkeiten relativ begrenzt sein, weil der Aufbau neuer Testkapazitäten sicherlich, wenn sie es sehr sportlich betreiben, acht bis zehn oder zwölf Wochen dauert. Das heißt, in den Regionen, wo man mit den PCR-Testmöglichkeiten an die Grenzen stößt, wird man gezwungen sein, einerseits Schwerpunkte zu setzen. Er hat auch gestern die Frau Professor Buchhammer angeschnitten, in Bereichen wie Krankenhäusern, Schülern natürlich und Bereichen kritischer Versorgungsstrukturen. Das heißt aber, Herr Stahlinger, Klartext, es wird sich nicht mehr einfach jeder testen lassen können, in mehr oder weniger allen Bundesländern außer Wien, sondern nur noch Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Ja, wobei die kritische Infrastruktur weiter betrachtet werden muss. Der Begriff kritische Infrastruktur ist ja belegt. Ich würde dort spezifizieren und sagen, das ist auf jeden Fall der Pflegebereich, sind die Schulen. Dort haben wir die größte Gruppe der Ungeschützten und dann in weiteren Bereichen der kritischen Versorgung. Und man wird auch in diesen Bereichen zu anderen Testmöglichkeiten greifen müssen. Man wird auch dort, wo man oder bevor man gar nicht mehr testet, wird man auch wieder auf die Antigen-Tests zurückgreifen müssen. Aber unter der Einschränkung, dass diese Tests maximal für zwölf Stunden gültig sind. Gut, dann der Reihe nach. Herr Stahlinger, zwei Fragen dazu. Das erste ist, wenn wir die Teststrategie so ändern, ist das dann nicht ein Beleg dafür, dass die Strategie doch in Richtung Durchseuchung geht, wenn ein Großteil der Menschen, der nicht in der kritischen Infrastruktur arbeitet, sich nicht regelmäßig testen lässt? Weil da werden Menschen dabei sein, die zwar symptomlos, aber infiziert sind und die verbreiten dann das Virus. Nein, ich würde jetzt nicht von einem Strategiewechsel sprechen, sondern es ist eine Reaktion auf eine Dynamik von einem Virus, der nicht berechenbar war. Insbesondere, und das ist jetzt der Punkt, den man wirklich beachten muss, ist, dass man aus diesen Lektionen, die man jetzt gerade lernt, die Schlüsse zieht um, und das ist eines der Aufgaben, die ich ja im Bereich der GECO bekommen habe, um mittel- bis langfristig die Testsysteme so auszubauen, dass wir nicht mehr in eine Situation kommen, wie wir sie jetzt sehen. Ja, aber bleiben wir doch noch beim Hier und Jetzt. Sie sagen, man sollte im Zweifelsfall dann auch auf Antigentests gehen. Da sagt das Future Operations, die Plattform, der auch Sie angehören, dass die teilweise nur 20 Prozent der asymptomatischen Fälle erkennen. Das heißt nochmal, wenn wir die Strategie so doch ändern, dass wir spezifisch nur noch gewisse Gruppen testen, einen anderen Bereich der Bevölkerung nicht, da verlieren wir doch den Überblick über das Infektionsgeschehen, und uns gehen da Leute durch die Finger, die positiv sind und das Virus verbreiten, aber nicht getestet werden. Ja, die 20 Prozent muss man relativieren. Die kamen aus einer Studie von Michael Wagner, wo er speziell die Gruppe der Volksschüler betrachtet hat. Und dort habe ich ja gesagt, dass man dort schwerpunktmäßig auf jeden Fall mit den PCR-Tests fortfahren soll. Aber insgesamt? Man wird doch in der Bevölkerung nicht mehr alle testen können und auch nicht wissen, wer alle infiziert ist. Das muss man doch aussprechen, oder? Ja, also das ist eine der Dynamiken dieses Virus geschuldet, dass man in Bereichen, und ich möchte da Wien schon besonders herausnehmen, dort hat man für entsprechende PCR-Testkapazitäten vorgesorgt. Dort wird man in diese Situation nicht so schnell kommen. Aber in anderen Regionen wird man halt gezwungen sein, entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Morgen tagt die GECO-Kommission. Sie haben sich sicher schon ausgetauscht mit den Kolleginnen und Kollegen. Verraten Sie uns, in welche Richtung es da morgen geht? Nein, also diese Besprechungen. Im Vorfeld stimmt man sich insofern ab, und Sie haben es auch schon an meiner Stellungnahme gemerkt, was das PCR-Testen betrifft und die Verwendung von Antigen-Tests. Da herrscht Einigkeit in GECO, da sind alle auf Ihrer Linie auch. Ja, da stimmen wir uns wirklich sehr eng ab. Und morgen wird es auch, wie gehabt dann, aus diesen Beurteilungen, die zuvor erfolgt sind, entsprechende Empfehlungen an die Bundesregierung geben. Kurze Frage noch, spezifisch zum Auftreten der Bundesherrvertreter bei GECO. Generalmajor Striedinger hat zuletzt mit seiner Wortwahl für ein bisschen Irritation gesorgt. Er hat gesagt, die Impfung sei unsere Hauptwaffe und dass das Virus Gewalt gegen die Gesellschaft ausübt. Ist diese Kriegsrhetorik angebracht? Naja, wenn man es ganz neutral betrachtet, befinden wir uns wirklich im Krieg mit dem Virus. Und das Impfen ist sicher eine der Möglichkeiten, diesen Virus entsprechend bekämpfen zu können. Aber kann man wirklich kämpfen gegen eine Krankheit? Ja, freilich. Man kämpft auch normalerweise gegen die Krankheit ein. Wenn wir Fieberschübe heruntergleichen, wird jeder von uns gemerkt haben, dass man innerlich alles zusammennimmt und gegen die Krankheit bzw. den Virus entsprechend ankämpft. Letzte Frage. Generalmajor Striedinger trägt bei diesen GECO-Pressekonferenzen vorzugsweise Kamouflage-Montur. Welchen Sinn hat das? Na, die Soldaten ist der Anzug der Soldaten und es steht jedem frei, welchen Anzug er wählt. Aber ein Generalleutnant, der Striedinger auch einmal vertreten hat, tat er dann die Gesellschaftsuniform, also diese Ausgangsuniform an. Warum wählt Striedinger die Kleidung, wo es so wirkt, als ob er gerade im Einsatz wäre? Ist das sinnvoll? Na doch, also Sie haben es ja gerade erwähnt, wir sind ja alle im Einsatz gegen den Virus und grundsätzlich, glaube ich, ist es jedem überlassen, welche Kleidung das er anzieht. Es weiß ja jeder, wer in dieser Kleidung drinsteckt. Und das Wichtigste ist, dass wir alle unsere Kräfte dafür verwenden, gemeinsam gegen diesen Virus anzukämpfen. Darauf können sich, glaube ich, alle einigen. Herr Stahlinger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herr Stahlinger